Idee, nein, 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 ich steh, ey. Doch bin mein Weg gegangen, rock your steak, heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant, real G, deine Meinung, ich kenne Wack. Lauf durch die Bank mit den Breaks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Kamer, Frau Brian, das war für mich. Einen wunderschönen... Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb mir vorbei. Mein Name ist Niklas Whitson Sommer und das ist ein neuer Vlog auf meinem YouTube-Kanal. Los. Jetzt kommt ein heftiger Cut. Devin, ich dreh mich und dann müssen die Leute ein... Das wird jetzt bodenlos, sag ich. Warland ist auch am Start, sechs Stunden. Sechs Stunden. Sechs Stunden, ne? Ja, du musst dich drehen, weil ich hab so einen coolen... Achso. Ich brauch eine 42. Ich und Trimax haben uns auch gedreht. Warum ist Trimax-Dreher nicht drin? Alina, wo hast du Sidney kennengelernt? Nach Mallorca. Das war meine Kamerafrau. Vor zwei Jahren. Du bist der geilste Ort der Welt. Du bist unser Leben. Die sagt so, na, so sieht man sich wieder. Ich denke so, ja, ich bin hier öfter. Sie sagt, nee, ich kenne dich aus Mallorca. Ich denke so, okay. Haben wir uns geköst? Nein, ich hatte die Kamerafrau. Ah, so. Ja, das warst du. Luca, danke für den zweiten. Ich war aber vor zwei Jahren Mallorca nicht in diesem Körper. Oh, show me. Show me. Brick. Money. Bricks. Brick Money. Wird's doch warm, ne? Max, wo ist Lewandowski hingewechselt? Hab's dich mitbekommen. Ich würde sagen, dass er... Er wollte wechseln, aber er durfte nicht. Ich hab's dich mitbekommen. Okay. Ist er gewechselt? Wo ist Lewandowski hingewechselt? Nichts sagen, bitte. Was? Ist das gerade ein Test? Ja, ist es. Weißt du es? Ich weiß es. Weißt du es wirklich? Ich hab's Ihnen gerade gesagt. Ja, Wasser. Wasser. Wasser heißt Barcelona. Ich verrasche, oder? Hätte auch Wasser gesagt. Wo ist Lewandowski hingewechselt? Du weißt es ja nicht. Ja, aber es ist... Ja, aber... Der weiß es auch nicht. Und jetzt möchte ich kommen. Der weiß es auch nicht. Der weiß es auch nicht. Natürlich weiß ich das. Mit der Nummer neun. Sag es. Zieht Memphis Depay die Hosen aus. Oh, also? Barcelona. Dann stimmt, da sind alle drei Barcelona gesagt. Geil. Komm, Max! Komm! Komm! Oh ja, wie schön! Geschafft! Guck mal, wie Kinder. Und hier ist der Große. Ja! Schön City! Ja! Mach was Cooles! Brrr! Du! Mach Boshab! Tief down! Drück die Bord! Hey! Oh! MVP! Jetzt ein Bild einblenden, wo Odell Beckham Jr. so einen Ball catcht. So, bap! Mach mal Hand hoch! Bap! Im ersten Moment fühlt sich das alles sehr hart an. Aber wenn du eine Nacht drüber schläfst, wie ein kleines Kind, ey. Schau mal, schau mal, schau mal! Ey, Max, wirklich, hör mal, Kompliment. Kompliment, weißt du warum? Trotz deiner Größe bist du sportlich. Danke. Also, so denkt man nicht. Sag mal, die auch. Where did I? Der kann dieses Blöde, die geht. Nick, danke für sieben Monate. Oha! Oho! Das Ziel ist, dass Amar mir so hart wie möglich an mir vorbeiwirft. Ey, ich vertraue dir, geisteskrank, ne? Amar, bitte! Es ist mein Kopf nicht weggebracht! Oho! Das ist mein... Das ist mein... Mö ultras. Mach was. Ach, hier müssen wir überlegen. Das ist mein... Das ist mein... Was? Was? Das ist mein... Danke für die... Was? Bist du... Das ist mein... Das ist mein... Das ist mein... Das ist mein... Wir liegen NBA, Leute. Niemals! Oha! Wollt ihr mir erzählen, Leute rennen von hier aus dem Stand? Nein, die springen doch auf vier ab und nach. Nein, jetzt mal ernst. Nein, wirklich, die springen wirklich von hier. Oder von hier. Wir reden jetzt vom Boden. Wir reden von zum Beispiel King James. Ganz normales Boden. Was? Das ist surreal. Ich bin auch noch mal gut. Na kommst nicht. Scheiße. Ich hab ein bisschen Angst. Ich hab's noch geschafft. Damn! Das ist schwer. Er hält den Regen fest, hat er gesagt. Ich glaube, man kann sich an Ellie selber nehmen. Nimm mal einen Wurf von hier. Ach stimmt, Ellie? Na dann rieb ich mir jetzt mal. Boah. Was ist das? Ellie. Krass. Boah. Das war ein Diss. Sein Knie oder so. Guck mal, wie er landet. Krass. Boah. Was war denn das? Das gibt kein Lied. Ich bleib classy und treat dich auf meinem T-Shirt. Bleib seriös und fervoll deine Ziele. Wo bist du denn? Draußen gerade. Wir wollen starten. Ja? Nee, super. Quatscht ja da außen einfach. Es hat noch ganz kurz eine Verschnauzpause gehabt, ne? Oh, Ladies. Howdy ho. Angenommen, ich geb dir jetzt ein Beispiel. Du schreibst einer Frau. Und du weißt ganz genau, eine Frau ist an ihrem Handy. Sie wird deine Nachricht irgendwo schon gesehen haben. Und dann siehst du sie in ein paar Tagen wieder. Würdest du dir dann einfach so Hallo sagen? Du denkst bis zu fein. Ja, weißt du. Schönes Beispiel. Jetzt geht's gerade im anderen Fall genauso. Schön gesagt, ne? Auch mal sagen. Schön gesagt. Auch mal sagen. Schön gesagt. Von links neben mir. Zweiter. Von links. Ja. Wie du auch mal sagen, will ich. Schön gesagt. Ja, hatte. Also gut. Ey. 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 Meinen Kumpel kann Backflip. O-H fabric. Mach das auf. Moin. Kisspsi. Alle sind da! Yo, Monte, wo bleibst du denn? Wir sind hier beim Fantreffen und warten auf dich. Ich versteh, die trennt mich. Hab ich's noch nie gesehen, ich hab's nicht verstanden. Das macht dich bestimmt sauer. Yo, Monte, wo bleibst du? Wo bist du eigentlich? Wir sind hier grad beim Fantreffen, man. Monte, wo bleibst du? Ey, Monte, wo bleibst du, man? Ey, wir sind jetzt hier grad zwar nicht beim Fantreffen, aber wir warten trotzdem auf Monte. Wir warten schon seit drei Stunden, man. Monte, wo bleibst du? Monte! Hey! Kannst du einfach halten? Warum? Welle machen, ne, Bilow? Ja, Welle machen, ne? Bilow fährt mein Auto, ich fahr immer so. Okay, ja. Okay, ja. Boah! Boah! Digga, was mache ich denn mit meinem Bein, Digga? Läuft Edi so? Ne, oder? Du siehst ja schon zu hart aus, Edi gegenüber der Arme. Hahaha! Salam Aleikum! Wir sind jetzt... Ich bin mit meinen Abis noch was essen gegangen. Ja, nee, ich sag euch jetzt schon, was ich sag. Ich nehm... Ich höff dich nicht. Nein, Abibi! Ich will Meiji-Mek! Bitane? Bitane Meiji-Mek! Bitane... Deine Zeit, ein paar Tagen ist ja wirklich so gelaufen. So, wir sind essen! So, Lamm mit Joghurt? Nicht verkehrt? Mit Zwiebeln, nicht verkehrt. Aber das krasseste, was man eigentlich empfehlen kann, ist Brot. Das ist geistesgestört. Ja, auch mal sagen, ne? Nebenbei noch ein bisschen Deeptalks. Ja, sehr, sehr, sehr krass. Unsere Meinungen, muss man schon sagen, sind wie so Beine. Wir gehen Hand in Hand. Wir gehen Hand in Hand. In die Hölle gehen wir Hand in Hand. Und bei mir? Ich bin mir sicher, wir kriegen dich da auch hin. Ist auch so. Wir müssen ein ernstes Wort reden, ne? Du bist eigentlich die Mama meiner Kinder. Und was machst du, mein Engel? Nix richtig! Was hältst du denn davon, wenn wir Manni hier mal rüber schicken? Der kann einen Kopfstand. Ja, anscheinend doch nicht so überzeugt. Ja, Manni! Es war mir eine absolute Ehre und hat mich wieder unglaublich gefreut, Amar zu sehen. Küsschen auf sein Köpfchen. Ähm, Sidi, meine Engel, war auch da. Das war das Ganze. Der wird ganz kurz und knackig. Du, mach mir Kinder und quatsch nicht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Amar Cito sehe ich bald wieder. Sind mir, sehe ich Sonntag wieder. Und mach es! Und es geht eins, eins, zwei, zwei, zwei. Zwei, zwei, Mr. Nice Guy. So geht er! Musical American Pie. Cool. 7,43, 15 Sekunden, dann wär Dings drauf. Dann wär doppelt monetarisiert. Oder ich weiß gar nicht, was ist. Was ist denn, wenn ein 8 Minuten Vlog ist? Ja, ja, ja!